Im Jahre 2010 planten sieben Menschen den Ausstieg aus einer Kultur, die sie nicht verstehen wollten. Sie verließen Europa und tauchten in Ostafrika unter. Dort werden sie von der Natur gejagt, aber sie helfen anderen, die in Not sind. Sie wollen nicht so ganz ernst genommen werden, aber die Tiere müssen sie ernst nehmen. Wenn sie mal im Bus schützen, die Geier über ihnen kreisen und kein anderer ihnen helfen kann, dann brauchen sie das K-Team. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja.